Ja, eine kleine Nachtfahrt im Tunnel hier in Georgien. Unsere Gruppe hat sich mal wieder getrennt. So Shorty, Kirsche und ich fahren Richtung Tbilisi in ein nettes Hotel, wo wir das Team U-Turn treffen werden. Und morgen machen wir uns gemütlich auf den Weg nach Tbilisi. Der Rest von uns wird wohl den morgigen Tag im Nationalpark verbringen.